Wie konnte das nur passieren? Von all den Hauptstädten in all den Ländern dieser Erde War keine vorsichtiger Keine sicherer Keine besser vorbereitet War es Selbstgefälligkeit? Pech Oder war es etwas viel heimtückischeres? Aber eins steht außer Frage Wir schlagen jetzt zurück Das ist der entscheidende Moment Wenn wir versagen, zerfällt die Nation Wir sind die letzte Verteidigungslinie der freien Welt Wir sind die in den letzten Jahren Mögen zu verbreiten 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 Vielen Dank.